das ist doch die battlegrounds so ähnlich wir gehen hierbei genau wenn ich die leite an habe kann ich dann noch mal drücken und falle ich auf den boden soll eigentlich gehen aber geht irgendwie nicht du kannst du eigentlich abschneiden aber so waffen findest du auf der karte verteilt aber es gibt halt so eine es gibt halt spezielle kisten die hörst du die sumse vor sich hin und da findest du gutes loot drinnen also besseres blut so hier zum beispiel ein ich weiß ja dann sehen sie auch okay ich habe schon eine falle bekommen material die sind ja interessant aufgebaut ist klone hier überhaupt die ist so leicht auflösen und dann komplett zerfallen kannst du alles was aus holz stein und räume und wir müssen uns bewegen diesmal wieder aber wir können ja auch relativ entspannt loslaufen weil die zonen sind nicht so groß und außerdem machen die nicht so viel schaden ich höre schon wieder eine kiste oh da ist einer es gibt übrigens auch so kleine ich werde erschossen von wo bist denn du und westen aber ich bin woanders erzählen du bist anders als hier ach du bist da hinten das ist schnell maus empfindlichkeit auf 1 stellen tja dann sind wir die maus geschwindigkeit nicht wenn man die im spiel einstellen du musst da unten auf anwenden klicken unten rechts sonst übernimmt das nicht habe ich bin schon auf 1 runter gegangen und nichts hat er gemacht ich habe hier noch mal eine kiste bei mir ich weiß interesse hat leo ich habe bei mir auch eine kiste ich meine da wirst du auch einstellen zu haben naja du kannst dich auch in-game einstellen ach so du willst ihn noch ausprobieren oder was ne geht nicht geht nicht im toten ok aufs bildschirm kannst du nichts das ist sicherlich nicht absicht aber es ist nicht aber in den kisten ist mega scheiß drin muss ich mal sagen also ich habe gerade 100% health pack bekommen ja ich habe jetzt auch also ein health pack habe ich und ich habe auch volle rüstung jetzt aber ich habe nur normale kniften habe ich munition für die? ja habe ich und dann ok ach komm oh fuck ok ich komme so schnell ich kann ich habe keine ahnung was das für eine waffe war aber ach du lebst noch sehr gut ja aber wie lange also ich siehe niemanden gerade also es kam aus süden und es könnte eine sniper gewesen sein ok dann habe ich eine anti-sniper was war das? ja du bist gerade hier du bist auf die reiten gesprungen tf ich wüsste nicht mehr dass das geht oh nein ach der ist hier vorne bei dem haus der ist hier in die große scheune gelaufen da ist eben ich habe gar nicht so viel munition sehe ich gerade die hauen sich hier gerade in das haus rein in die scheune was sind drei mann? das sind drei mann? wir waren auch da mann was brauchst du für munition warte mal ich hab 30 schuss sollte reichen also hier ist noch ein scharfschützengewehr mit munition keine ahnung musst du aufnehmen oh ja habe ich habe ich habe ich die zonen sich zusammen ja wir sollten mal ein bisschen laufen krasser dude es wird gefragt ob wir auch morgen streamen schwierig zu sagen ich bin momentan etwas also ich bin flexibel er seine bio machte alles genau na jo sie ist ja nicht da ne ich hab morgen wieder es ist übrigens die mega sniper hier ne ich bin morgen da für dich da keine ausreden vor uns südwesten 240 ungefähr im haus du machst es ich versuche mal kurz okay du kannst es wenn du alt drückst dann siehst du dein inventar da siehst du auch wie viele kugeln du für alle waffen hast aber danke manu dass du mich dass du für mich da bist du hast dein heilzeug verkackt brauchst du was bei dem turm da läuft das was naja das sind die ne ich meinte grad ich hab mein heilzeug umgepackt also in den tasten die sniper ist so lahm ne keine ahnung wie man dem ding hittet bin ich scheiße die hat auch nur eine kugel sie ist quasi wie die kugel fliegt das ist so da wirft einer mit granaten ich würde fast sagen lassen wir lieber rechts rum das ist ein bisschen mehr der one shot down du musst sie nur treffen das war sofort tot auf dem dach vor uns ja er springt runter wenn ich schieße echt jetzt die müssen sich bewegen die zone kommt ich habe irgendjemand eliminiert hey what leo wo bist du warum bist du da was ist mit dir ich habe voll verpeilt dass du in die andere richtung läufst ey ja ok ich habe keine ahnung wie das jetzt bei mir laufen soll na du tickst jetzt aus und wenn ich unter Wasser gehe ok man kann anscheinend ins wasser kraulen hier war gerade noch einer also du könntest mich theoretisch noch auf die beine helfen dann wirst du mir außerhalb der zone angezeigt ich bin auch außerhalb der zone aber du könntest ja mal so sehr sein und außerhalb der zone kommen ja genau über den ganzen see laufen ich bin eh gleich tot ich lauf hier mittendurch und du bezeichnest mich als ultimate also echt das ist ja wohl kein vergleich also die snipers echt zum abgewöhnen ja ne ja ich habe eine auto sniper die ganz geil war ja das ist ja sowas ähnliches wie in einem 16 mit visieren doch kann man aber der schuss ist extrem langsam kannst quasi zugucken wie der schuss fliegt ach so es vergrößert nicht die also du hast kein handicap wenn du stehst das wissen nicht ich glaube nicht zumindest sah es nicht so aus als würde es irgendwas bringen so daniel dann zeig mal was ne ich habe vier leute gekillt hab ich gesehen ja der weiß dass du dich so digga ich habe auch noch eine andere wache ich musste ihn nicht mit der sniper legen weil ich das eh nicht kann oh hab ich ihn erwischt ne er ist ist er tot ne er hatte das Schild ich habe gerade sein Schild aufblicken gesehen da hinten ist er aufschild fuck will so dann so dann Leichen kann man aber nicht oder da kommt die zone was kann man nicht Leichen kann man nicht das ist einfach rein ran was Leichen kann man nicht ach Schleichen Leichen lang ran gehen na doch hin hocken ach so der Schleichen automatisch okay du weißt schon dass du jetzt zu denen hin musst jeder beide hinterm Baumorti ja kann sein machen schönes Ding naja jetzt geh ran naja jetzt geh ran ja 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 das äh Munition aufglauben ist hier noch ein bisschen mühsam oh der hat da einen Granatwerfer uuuu ja ich hab 42 Schuss Sniper Munition das ist wie wenn man äh ein PUBG den Karabiner mit 42 Schuss hat und Einzelschuss also das heißt nach jedem Schuss nachladen das war grad der Slowclip für dich für diesen Vergleich deswegen hab ich noch Einzelschuss ran gehangen ich werd auch wieder von hinten irgendwo geraped wie immer ich hab jetzt auch 4 Kills Leo ja dann zeig mir was äh links von dir Schild ja kann sich aufheben und da hä du kommst ab und genau nimmst ich ich konnte es nicht picken achso deswegen ja und unter der Treppe da hast du grad die Munitionskiste gesehen genau mach die mal auf oh die hab ich ja die erkennt man super schlecht ja ich wollt grad sagen die sehe ich zum ersten mal hier ist doch schon einer verreckt what the fuck da ist definitiv einer verreckt jetzt nicht noch die letzte Manage mit aufnehmen ich hab naaa ich hab 15 Stück als ob ich so viel bräuchte ja lieber haben als nicht haben ich weiß gar nicht überhaupt was der Cap ist der Maximal Cap wieviel man tragen kann Manu ich hoffe du guckst mir am Zoom zu damit du was lernst Manu ich hole dir diese beiden noch andere Viewer an mir lieber ach was ach was Bein oben zählt nicht Manu doch die zählt auch hat kein Twitch installiert auf ihr Amazon auf ihr Amazon Box die hat nur mit Klicks und Amazon sorry und sonst wäre sie bestimmt ein treuer Viewer ja so viel wie Daniel flucht und seine Mitspieler das sieht mir doch hier sehr gebaut aus das sieht mir tatsächlich achso doch die Rampe da draußen ist gebaut na gut dann die Rampe links ist definitiv nicht gebaut oh ne da ist einer wie ich hab daneben geschossen oh die hält aber nischt aus oh die hält aber nischt aus ich habe Angst dass mir jemand ist das eine Rakete what the fuck was ist das ist das eine Raketenwerfer ist jetzt hier zu dem Port oder hinter dem Raketenwerfer einfach so ich wünsche jetzt draußen so und rechts von dir unten am Haus ach der ist wirklich im haus naja unten am haus ja der war gut na wirst du dran heute verpiss dich lieber wohin denn oh der hat auch noch snappen aber leg dich doch jetzt nicht mit dem 3er-team jetzt größen waren sie nicht viel wieder größen waren sie nicht ich hatte 50 schild und 100 leben und ich hab noch 34 leben ja dann krieg dich lieber rechts dran jetzt what was zum teufel er hat sich ne brücke in den himmel gebaut um mich zu erschließen hat ja gut funktioniert wie ein stein haben sich auch die drei vier leute vor mir gedacht probieren probieren muss man mal mir hat jeder einen gegen schl ja wie du gesehen hast es ist nicht schwer zu gewinnen oh gott ich hab drei fallschirm hinter mir warum bist du so weit warum bist du so weit unten ach du bist es ja das gibt's doch nicht ja er hat gleich eine schaddi gefunden leo gehen leo gehen wir nicht um die ecke hat einen shotgun er ist was tot ja der mit dem shotgun ran weg wo ist er hin links oh geradezu im haus aaa leo hab ich ihn ausgelockt der andere ist hinten rumgelaufen ey 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 au komm rein hab einen ich hol mal leo pass mal auf dass da nicht von der gegenüberliegenden straßenseite einer kommt manu weiß nicht wo ob noch andere sind kann sein dass das der letzte war hast du den kill bekommen äh ne ich hab keinen ich hab noch keinen da kommt er von links ja ich seh ich hab ihn hab dich noch ah mit der letzten verdammten kugel ne ich hab auch nur noch den schuss mit der ja danke dir ja erstmal verbindoren ja mach ich ja ist jetzt hinter der theke möchte jemand einen donut hat nö ja 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 da ist noch einer drinne er hat mich alter what was ist passiert das war das spätste schnitt konnte ich nicht wechseln alter und äh ja